Vodafone Goes Esports. Das erfolgreichste Esports-Team Deutschlands hat einen neuen Hauptsponsor. Die Brust der Berliner ziert in Zukunft das rot-weiße Vodafone-Logo. Der bislang wohl wichtigste Sponsoring-Deal der deutschen Esports-Geschichte ist allerdings nicht nur eine einfache Werbemaßnahme. Als Gigabit-Company mit den schnellsten Spitzengeschwindigkeiten im Land treiben wir die Gigabit-Gesellschaft voran und sind stolz durch unser Engagement beim Mousesports, einen weiteren Schritt in diese Richtung aktiv zu gestalten. So Gregor Grünkens, Director Brand Marketing bei Vodafone Deutschland. Dank Playoff-Teilnahmen bei der ESL Pro League oder E-League gilt der Rekordmeister als eines der Top 10 Teams der Welt und Aushängeschild der deutschen Community. RoomScale VR. Ein Upgrade für die Virtual Reality. Mit dem neuen Update für die Oculus Rift ist das VR-Headset nun ready für noch realere räumliche Darstellungen. Die RoomScale VR-Technologie ist in der Lage, über Sensoren ganze Räume zu vermessen. Diese können dann eins zu eins in die virtuelle Realität übertragen werden. So ist es möglich, dich in der digitalen Welt authentisch zu bewegen. Laufen bedeutet laufen und nicht drücken. Erste Action-Games, die auf die RoomScale-Technologie setzen, gibt es bereits. Neue Pokémon-Spiele. Neue Abenteuer für Poké-Trainer. In der vergangenen Woche hat The Pokémon Company mit Carpador Jump ein neues Mobile-Game an den Start gebracht. Protagonist des Spiels ist das größtenteils talentfreie Fisch-Pokémon Carpador. In Tamagotchi-Manier kümmerst du dich um den Karpfen, lässt ihn springen und fütterst ihn, damit er groß und stark wird. Außerdem gibt es bereits Gerüchte um ein unveröffentlichtes Spiel für dein Smartphone. Mit Pokéland sollen die traditionellen Duelle wieder mehr in den Fokus der Gamer rücken. Carpador Jump findest du für iOS als auch für Android schon jetzt in den App-Stores. Fidget Spinner App Fidget Spinner sind derzeit ein beliebtes Spielzeug. Nun kommt der Drehspaß auch auf dein Smartphone. iPhone-Nutzer verleihen ihrem Handy mit der Fidget Spinner App den richtigen Spin. Für Android-Smartphones kommt die herumzattelnden Fidget Spinner App den drehenden Stressabbau am nächsten. Grundsätzlich sollen die Drehspielzeuge nämlich dazu beitragen, dass du weniger gestresst bist. Ob das virtuelle Vergnügen den gleichen Effekt hat, testest du am besten einmal selbst.